Hallo, ich bin Rico. Danke, dass du da bist. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie die Grille ihre Freunde kennenlernte. Es war ein Grillensingsang auf der Wiese und am Waldrand, in den Kornfeldern und an den Wegrändern. Das liebliche Konzert des Sommers. Wo nur ein Loch im Erdreich sichtbar war, saßen die kleinen Musikanten und strichen mit den Fiedelbogen surrend über ihre Geigen. Wir sind die Spielleute Gottes, sagten sie zu den Gänseblumen und den Sonnenröschen der Nachbarschaft und taten sehr stolz und wichtig. Wir sind beauftragt, den ganzen Sommer Gott zu ehren, zu spielen und zu geigen. Und das tun wir auch von früh bis abends. Ja, bis in die späte Nacht hinein. Bis der Winter kommt, bis der Winter kommt. Raschelte ein vorlauter Windstoß. Dann hat die ganze Grillenherrlichkeit ein Ende. Was ist das, der Winter? Fragten die jungen Grillen, die erst in diesem Frühjahr auf die Welt gekommen waren und hörten auf zu zirpen. Sie waren noch sehr klein und unerfahren und dachten, das wäre etwas zu essen. Sprecht nicht vom Winter, rief eine ältere Grille. Sommer ist es, die Sonne wärmt uns, wir leben auf der schönsten Wiese. Denkt nicht an den Winter. Warum nicht? Fragte eine tiefe Stimme aus dem dichten Grase heraus. Warum sollen die Kinder nichts vom Winter wissen? Es war ganz still auf der Wiese geworden. Kein Gräselein atmete. Kein Grillenflügel regte sich. Aus einem Erdloch kam langsam und mühsam eine weiße Grille hervor. Die Urahne, flüsterten die schwarzen Grillen und verneigten sich tief. Es war die älteste ihres Stammes und nur bei besonderen Gelegenheiten erschien sie unter dem jungen Volk. Alle wussten, dass sie viel erlebt und gesehen hatte und an Weisheit so manches größere Tier übertraf. Aber nur die wenigsten hatten sie jemals zu Gesicht bekommen. Jetzt wandte sich die Urahne freundlich zu den kleinen Grillen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, Kinderchen, sagte sie und ließ sich in einen Lehnstuhl nieder. Hört gut zu. Es war einmal eine kleine Grille, hub sie zu erzählen an. Die war so jung, so dumm und unerfahren wie die meisten von euch. Aber sie war viel musikalischer als ihr. Die ganze schöne Zeit hindurch sang und geigte sie, dass es eine Freude war. Sie wurde nicht müde, die Güte des Schöpfers, die Schönheit des Sommers, die Vielfalt der Blumen und den Wohllaut der Vogelstimmen zu preisen. Und wenn sie einen Lobgesang vollendet hatte, fing sie unverweilt einen neuen an. Sie war eine begnadete Künstlerin, die kleine Grille. Und die Leute kamen von weit her, um sie zu hören. Sie war mit allem befreundet, was sie umgab. Mit Sonne und Wind, mit Blume und Tier. Alle liebten die kleine Grille und sagten, niemand auf der ganzen Wiese könne musizieren wie sie. Aber die Tage wurden kürzer und kühler, die Nächte länger und frostiger. Die Grille sang unverdrossen weiter. Sie hatte noch keinen Winter durchgemacht und dachte, Wiesenkirchweih und Sommerfest würden kein Ende nehmen. Wohl summten die Bienen an jedem Sonnentage noch eifriger und eiliger als früher von Blume zu Blume, als fürchteten sie etwas zu versäumen. Sie holten Blütensaft und Blumenstaub aus den späten Kleeblüten und Skabiosen und brummten. Bald holt der Wind den Herbst herbei. Dann welkt das Wiesen allerlei. Es welkt das bunte Kleid. Das Laub wird von den Ästen wehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen zur schönen Frühlingszeit. Auch die Ameisen wimmelten Straß auf, Straß ab und trugen Wintervorräte ein. Die Haselmaus sammelte Körner. Das Eichhorn Nüsse und Zapfen und der Dachs und Hamster füllten Keller und Speicher. Die kleine Grille hätte wohl nachdenklich werden können. Aber sie achtete nicht darauf und fuhr fort, vor ihrer Haustüre zu musizieren. An den Winter dachte sie nicht im Entferntesten. Indessen zogen die Spinnen lange Silberfäden über die Wiese. Eine Blume nach der anderen machte die Augen zu und verwelkte. Die Grashalme wurden gelb und dürr. Nur Herbstzeitlosen erhoben ihre Köpfe in die blasse, kühle Luft. Die Schwalben wurden unruhig, hielten Versammlungen ab und zwitscherten. Herbstzeit, Herbstzeit, bald ist Berg und Tal verschneit. Schwestern, Brüder, lasst uns fliehen, in die Sonnenländer ziehen. Denn die Welt ist weit, ist weit. Und eines Tages ließ die Sonne sagen, sie könne heute nicht scheinen. Der Nebel sei viel zu dicht. Ah, sagten die kleinen Grillen vor Erstaunen, als die Urahne dies erzählt hatte. Gab es so etwas? Konnte das überhaupt möglich sein? Aber die Urahne klopfte mit ihrem Krückstock auf den Boden und sofort war wieder Ruhe unter dem Grillenvolk. Ja, begann die weise Grille wieder. Der Nebel stand weiß und dick auf der Wiese und man konnte keine zwei Schritte weit sehen. Dazu kam ein unfreundlicher Nordwind und blies den Sträuchen ihr gelb und rot gesprenkeltes Laubröcklein vom Leibe. Sodass sie kahl und bloß dastanden und erbärmlich froren. Jetzt sah sogar die kleine Grille ein, dass das Fest des Sommers zu Ende sei und eine schlimme Zeit für die Leute auf der Wiese käme. Traurig packte sie ihre Geige zusammen und kroch in ihr Erdloch. Hier war es warm und man konnte sich ganz schön verstecken und verkriechen. Aber du lieber Himmel, es gab kein Futter im Erdloch. Wovon sollte die kleine Grille leben? Wirklich begann der Hunger in ihrem Magen zu rumoren und die Grille verließ ihren Unterschlupf wieder, um nach etwas Essbarem auszuschauen. Wenn eins den ganzen Sommer lang geigt und singt, hat es natürlich keine Zeit, Wintervorräte zu sammeln. Und ich glaube fast, setzte die weise Grille lächelnd hinzu, man denkt auch gar nicht daran. Das Grillenvolk hatte voll Neugier und Aufmerksamkeit zugehört. Es fand es ganz selbstverständlich, dass man beim Musizieren nicht ans Nahrungssammeln denken konnte. So geschah es also, setzte die Urahne ihre Geschichte fort, dass die Grille zur Gefatterin Ameise ging, um etwas Futter und einen kleinen Wintervorrat zu erbitten. Aber da kam sie schön an. Eine Neuigkeit, spottete der Wind. In der ersten Klasse lernen die Kinder schon die Geschichte, wie die hungrige Grille von der Ameise verhöhnt und aus dem Hause gejagt wird. Wenn du keine anderen Geschichten weißt, brauchst du dir nichts einzubilden, weise Grille. Naseweiß, zürnte die alte Grille und drohte dem Wind mit dem Krückstock. Als ob die Sache damals abgetan gewesen wäre. Hier fängt meine Geschichte ja eigentlich erst an. Alles Bisherige war nur die Einleitung. Hat die kleine Grille nun Hunger sterben müssen? Fragten die Zuhörerinnen. Hat ihr niemand geholfen? Hört weiter! Erwiderte die tiefe Stimme der Urahne. Natürlich war die kleine Grille sehr betrübt über den Spott der Ameise. Nichts ist so schmerzlich als Spott für ein bekümmertes Herz. Dennoch blieb der kleinen Musikanten in ihrer Not nichts anderes übrig, als weiter an die Türen zu klopfen und um ein wenig Essen zu bitten. Denn über Nacht war die Wiese festgefroren, der Reif hatte die Halme mit Silbernadeln behängt und jedes Bröselchen Nahrung war verschwunden. Ich will zur Freundin Haselmaus gehen, sagte die Grille, nahm Hut und Strickbeutel und machte sich auf den Weg. Sie hat meinen Gesang immer so schön gefunden. Sie wird mir sicher helfen. Muma Haselmaus war eine wohlhabende Witwe und besaß eine geräumige Wohnung am anderen Ende der Wiese. Sie hatte soeben ihre Speisekammer für den Winter in Ordnung gebracht und sich an den vielen Nusskernen, Buschhecken und getrockneten Beeren darin gefreut. Ja, Liebste, wie siehst du denn nur aus? sagte sie erschrocken, als die Grille blass und mit Tränen in den Augen bei ihr eintrat. Ich mache mich eben für den Winterschlaf zurecht, erklärte sie ihr dann. Da nehme ich noch ein reichliches Gabelfrühstück, denn ich schlafe nachher meine sechs bis sieben Monate und das will etwas heißen. Komm herein und frühstücke mit mir. Die rundliche Haselmaus im gebraunen Pelzchen führte die Grille in die Speisekammer und nötigte sie zuzulangen. Isst mein Grillchen, sagte sie und kaute selbst mit vollen Backen. So gute Sachen bekommst du den ganzen Winter nicht mehr. Was geschieht denn mit den vielen Vorräten? fragte die Grille ganz verwundert und sah sich mit großen Augen um. Die brauche ich im Winter auf, sagte die Haselmaus. Von Zeit zu Zeit erwache ich und dann muss ich eine kleine Magenstärkung haben. Ja, wer den Sommer über fleißig gearbeitet und gesammelt hat, der kann sich im Winter etwas vergönnen. Damit streichelte sie ihr graues Bäuchlein, denn sie hielt viel auf gutes Essen. Der Grille blieben bei diesen Worten die guten Bissen im Halse stecken. Ach, sie hätte nur ein kleines Winkelchen im Hause der reichen Haselmaus gebraucht, nur ein paar Bröselchen von ihrem Tisch. Aber niemand forderte sie auf zu bleiben. Gewitzigt von ihrer Erfahrung mit der Gevatterin Ameise wagte sie auch nicht darum zu bitten. So bedankte sie sich höflich für das gute Gabelfrühstück und zog traurig ab, während die Haselmaus hinter ihr mit lauten Gähnen die Haustüre doppelt und dreifach verschloss. Sollte ich denn gar keine besseren Freunde haben als Ameise oder Haselmaus? Murmelte die Grille vor sich hin, als sie über den gefrorenen Wiesenboden lief. Ich habe doch so viele Leute ganz unentgeltlich mit meiner Musik erfreut. Wie steht es denn mit den Bienen und Hummeln, die den ganzen Sommer Vorräte eingeschafft haben? Aber so weit die Grille auch blickte, kein Bienchen summte durch die Luft. Nur an einer roten Distelblüte hing erstarrt eine vom Frost überraschte Hummel. Aus der Höhle des Igels kam lautes Schnarchen. Der schläft schon, sagte die Grille. Aber wie wäre es, wenn ich einmal zum Dachs hinüberschaute? Ich kenne ihn zwar nicht näher, aber versuchen kann man es immerhin. Der Dachs wohnte als Einsiedler in seinem verborgenen Bau und war als höchst ungeselliger, mürrischer Patron bekannt, der mit niemandem Umgang hielt. Er las, als die Grille bei ihm eintrat, gerade in einem dicken Buch und war sehr ungehalten über die Störung. Hungersnot, knurrte er und sah die stotternde Besucherin über die runden Brillengläser hinweg ärgerlich an. Hungersnot gibt es nicht. Es steht nichts davon in meinen Büchern. Haben nicht Wiese und Wald den ganzen Sommer Lebensmittel gespendet? Ist dies vielleicht? Dabei öffnete er die Türe zu seinem Speicher, der ebenso von leckeren Dingen strotzte wie die Kammer der Haselmaus. Ist dies vielleicht ein Zeichen von Hungersnot? Die kleine Grille stand mit Tränen in den Augen da. Bedienen Sie sich, mein Fräulein, brummte der Dachs weiter. Füllen Sie sich alle Taschen an, aber stören Sie mich nicht länger an meiner Arbeit und vor allem kommen Sie mir nicht mehr mit Ihrem Unsinn von Hungersnot. Ganz verschüchtert tat die Grille nach seinem Geheiß und packte, was Platz hatte, in den Strickbeutel und die Kleidertaschen. Dann fand sie sich unsanft vor die Türe geschoben und diese hinter sich verschlossen. Der Dachs ist ein sehr kluger und gebildeter Mann, sagte die Grille zu sich selbst, als sie weiterging. Aber gewiss hatte er in seinem ganzen Leben noch keinen Hunger gehabt, sonst würde er anders sprechen. Ach, ich habe ja im Sommer nicht gewusst, was Hunger heißt. Für ein paar Tage reichte das Almosen des Dachses. Dann war alles bis aufs letzte Bröcklein verzehrt und der Kummer begann aufs Neue. Eben suchte die Grille die Wiese zum hundertsten Male vergeblich nach etwas Essbarem ab. Da traf sie den Ohrwurm, der aufgeregt auf sie zukam. Grüß Gott, Frau Nachbarin, sagte er und winkte von Weitem. Ich habe eine verlassene Hamsterkammer mit einem hübschen Vorrat an Winterkorn darin entdeckt und rufe eben meine Familie zusammen. Das gibt Futter für viele Wochen. Die kleine Grille lief eifrig mit. In der unterirdischen Hamsterkammer war schon das ganze Geschlecht der Ohrwürmer versammelt und kribbelte und krabbelte an Decken und Wänden, so dass man kaum eintreten konnte. Ja, meine Familie ist sehr zahlreich. Versicherte der alte Ohrwurm. Das alles sind Vettern und Basen, Kinder und Kindeskinder. Sind sie nicht allerliebst in ihren braunen Röckchen mit der Zwickzange dran? Damit machte er sich auf, um noch ein Restchen der Hamsterkörner zu erwischen, denn seine Familie hatte mit allem Essbaren gründlich aufgeräumt. Für die Grille war nicht ein einziges Würzelchen oder Körnchen übrig geblieben. Ohrwurms sind gute Leute, sagte sie vor sich hin. Sehr gute Leute, aber sie haben so viel mit sich selbst zu tun, dass ihnen keine Zeit für andere bleibt. Als sie den Heimweg antrat, war Schnee gefallen. Kaum fand die Grille den Weg zu ihrem Loch. Auf einer verschneiten Tanne saß ein Rabe, blähte das Gefieder und sagte, Krah, krah, Winter ist da, Sommer ist weit, ade schöne Zeit. Das Eichhorn schälte mit den scharfen Nagelzähnen einen Zapfen und murmelte, Ich sorge für mich, denkt jeder an sich? Ja, es denkt jeder nur an sich, sagte die Grille. Ich verkrieche mich jetzt in mein Loch und will lieber umkommen, als noch länger betteln gehen. Bei diesen Worten der alten Grille erhob sich ein großes Schluchzen unter ihren kleinen Zuhörerinnen, denn es ging ihnen sehr zu Herzen, dass die kleine Grille Hungers sterben sollte. Die Urahne hörte nicht darauf, sondern erzählte weiter. In diesem Augenblick klopfte es an die Türe der Grille. Wer ist da? fragte diese und war ein bisschen ärgerlich, denn sie wollte von niemandem mehr etwas wissen. Ein schönen Gruß von der Frau Feldmaus! piepste ein feines Stimmchen. Ich bin das jüngste von den sieben Feldmausjungen und soll eine Botschaft ausrichten. Mit diesen Worten schob sich eine spitze kleine Schnauze samt dem dazugehörigen Mäuslein herein. Meine Mutter hat sie vorhin so betrübt über die Wiese gehen sehen, sagte es zur Grille, und weil wir doch nach unserem ausgewanderten Herrn Vetter dem Hamster eine so große, schöne Wohnung geerbt haben und weil die Mutter nichts Lieberes kennt als Grillenkonzert, so lädt sie sie ein, den ganzen Winter bei uns zu bleiben, von des Herrn Vetters Vorräten zu zehren und zu musizieren, so viel es sie freut. Wir Feldmauskinder freuen uns schon über die Maßen darauf und wenn sie uns aufspielen, werden wir tanzen. Damit nahm der kleine Mäusling sein Schwänzlein und tanzte der Grille ein Menüett vor. So geschah es auch. Die Grille zog zur Feldmaus, wohnte bei ihr und spielte nach Herzenslust. Ja, es gibt noch gute Herzen auf der Welt. Schloss die alte Grille. Was geschah weiter mit der kleinen Grille? Bestürmten die Zuhörer die Erzählerin. Lebt sie noch? Kennen wir sie nicht? Wie sieht sie aus? Die alte, weise Grille lächelte. Freilich kennt ihr sie. Die kleine Grille, die auf diese Weise ihre Freunde kennenlernte, bin ich selbst. Der herabgefallene Stern. Es ging auf den Herbst zu. Die Nächte waren kühl und klar, und in mancher von ihnen fielen die Sternschnuppen in einem so lustigen Durcheinander vom Himmel herab, dass die Bäume im Walde die Köpfe schüttelten und die Vögel aus den Nestern guckten. Die alte Dohle aber murmelte, mir scheint, mir scheint, heute brennen die kleinen Engel ein Feuerwerk ab und werfen uns die Raketen auf die Erde herunter. Die Dohle war ein sehr kluger und gebildeter Vogel und musste es wissen. Dann steckten die Vögel die Schnäbel wieder in den Pflaum, die Bäume schliefen ein und träumten von Feuerwerk und himmlischen Raketen, und die Dohle zog sich tiefer in ihr Nest im hohlen Eichbaume zurück. Einmal aber, in einer besonders schönen Nacht, geschah etwas Unerwartetes. Über dem schwarzen, schweigenden Walde glänzte ein grüner Schein auf. Ein Leuchten fuhr durch die Luft und in allen Stimmen des Waldes raunte und rauschte, flüsterte und zwitscherte es. Ein Stern ist vom Himmel herabgefallen. Denkt euch, ein wirklicher und wahrhaftiger Stern. Nein, hat man so etwas je gehört? sagte das Eichhorn, spitzte die Ohren und setzte sich auf die Hinterbeine. Wo ist der herabgefallene Stern? fragte Ulla, das zierliche junge Reh und sah mit großen, schwarzen Augen um sich. Die kleine Rieke, ihre Schwester, zitterte am ganzen Leib und flüsterte, Ich fürchte mich, ich fürchte mich. Die alten Tannen aber bewegten die Äste und meinten, In unserem ganzen Leben ist so etwas nicht vorgekommen und wir stehen doch schon an die hundert Jahre hier. Sie reckten und streckten sich, um etwas zu sehen. Ja, sie hätten am liebsten ihre Wurzelfüße aus dem Erdreich gezogen, um den Gast aus dem himmlischen Reiche begrüßen zu können. Der Stern lag am Wiesenrande und war sehr unglücklich. Er, der gewohnt war, frei wie ein Vogel im Raum zu schweben, musste jetzt unbeweglich am Boden liegen, ja, sogar ein wenig im Erdreich drinstecken. Außerdem hatte er sich beim Sturze zwei Zacken abgebrochen und die anderen verbogen und ein Dornstrauch hatte ihm das Gesicht zerkratzt. Eine abscheuliche Nachbarschaft für einen Stern, sagte er missvergnügt zu sich selbst. Ich habe mir meine Reise ins Unbekannte und meinen Empfang hier unten ganz anders vorgestellt. Da ist der herabgefallene Stern, flüsterte es nun aus dem Walder und eine Menge Besucher näherte sich dem fremdartigen Schimmer am Wiesenrand. Da kam das kecke Eichhorn mit dem neugierigen Hasen, da kamen die Rehe Ulla und Rieke und ihnen folgten Tag- und Nachtvögel, die Fledermäuse und die Abendfalter. Es war ein Ereignis, wie es sich noch nie zugetragen hatte. Jetzt wagte das Eichhorn als der Mutigste unter den Besuchern eine Ansprache und begann Erhabener Stern, großer Himmelsbewohner. Wir haben Dich und Deinesgleichen bisher nur immer aus der Ferne bewundert und angestaunt. Wir trauen unseren Augen nicht, dass Du herabgekommen bist, uns auf unserer Wiese zu besuchen. Nie, soweit die ältesten Leute sich erinnern, hat sich ein ähnliches Wunder begeben. Wir sind beglückt, wir fühlen uns geehrt und wir heißen Dich in unserem Kreise von Herzen willkommen. Das war eine sehr schöne Rede und alles wartete neugierig, was der Stern antworten würde und was er auf der Wiese zu tun gedenke. Ach, antwortete der Stern und es klang so über die Maßen traurig, dass sich die Ankömmlinge erstaunt ansahen. Wäre ich doch nie herabgekommen, wäre ich doch in meiner Heimat geblieben. Ich kreiste mit unzähligen Brüdern und Schwestern im Raum. Ich wanderte strahlend durch die Unendlichkeit, aber mich packte die Neugier, zu sehen, wie es auf der Erde zuginge. Ich wollte gar nicht für immer herabkommen, ich wollte nur ein bisschen näher zuschauen. So trennte ich mich von meinen Gefährten, kam heran, sah Berge, Wälder, Meere und mit einem Male riss und zog es mich herab und ich stürzte in hartem Anprall nieder. Jetzt liege ich halb im Boden vergraben, habe mir zwei Zacken abgebrochen und die anderen verbogen und weiß nicht, was aus mir werden soll. Die Zacken werden vielleicht wieder nachwachsen, tröstete die Eidechse den betrübten Stern. Ich brach mir im Frühjahr das Schwänzchen ab und es ist ganz schön nachgewachsen. Vielleicht könnte man sie auch wieder zurechtbiegen, meinte Hase Nepomuk. Er hätte für sein Leben gern den schönen Stern getröstet. Das ist noch gar nicht das Schlimmste, entgegnete der Stern. Das Schlimmste ist, dass ich hier verlöschen muss. Ein gefallener Stern verliert seinen Glanz. Das ist die Strafe, wenn er seine himmlische Heimat verlässt. In der Tat war der grüne Schimmer, den der Stern ausstrahlte und der an das Licht von vielen Glühwürmchen erinnerte, schon merklich schwächer geworden. Ich muss hier auskühlen. Ich muss hier sterben, jammerte der Stern. Ratlos sahen die Tiere einander an. Es war zu traurig, dass man dem armen, herabgefallenen Stern nicht helfen konnte. Wenn jemand den Stern aus dem Boden heben könnte, dann würde er vielleicht wieder zu fliegen beginnen, sagte ein feines Stimmchen. Alle sahen sich um. Es war Ulla. Die größere Rehschwester, die so sprach. Nepomuk wiekte den Kopf. Wer sollte das zustande bringen? Erwiderte er. Wer ist stark genug, den Stern in die Luft zu heben? Das könnte nur einer, entgegnete das Eichhorn. Nur Nemo, der gewaltige Hirsch. Aber er ist stolz und unnahbar. Niemand wird wagen, ihn darum zu bitten. Er haust im unwegsamen Walddickicht und zeigt sich höchst selten, krächzte die Dohle. Seine Hufe sind wie von Eisen, sein Geweih gleicht einer Krone. Ja, wenn Nemo kommen und dem armen Stern helfen wollte. Ich will ihn darum bitten, sagte Ulla mit klarer Stimme. Ich bin sicher, er wird mit mir kommen. Wer begleitet mich? Ein leises Gemurmel verlief durch die Versammlung, aber niemand meldete sich. Nur Rieke, die ängstliche kleine Schwester, lief mit, als Ulla mit ein paar raschen Sprüngen über die Wiese setzte. Um den verblassenden Stern scharrten sich in achtungsvoller Entfernung alle Tiere. Stunde um Stunde ran, schweigend hin. Der Stern ward blässer und blässer und seufzte manchmal tief auf. Wenn doch nur Nemo käme, wenn doch Nemo bald käme. Unterdessen liefen die beiden Rehe auf verborgenen Waldpfaden der Schlucht entgegen, in welcher der Erdhirsch wohnte. Sie fühlten nicht wenig Angst in ihren Herzen. Aber was hilft es? sagte die vernünftige Ulla. Er ist der Einzige, der den armen Stern wieder in die Höhe heben kann. Wenn er uns nur nicht mit dem Geweih aufspießt, jammerte Rieke. Ich fürchte mich so sehr vor Nemo. Ullas feines Ohr vernahm ein Geräusch wie von brechenden Zweigen. Angewurzelt blieb sie stehen. Im schwachen Sternenlicht näherte sich eine große dunkle Gestalt. Die Rehe erkannten die Umrisse und das Geweih eines riesigen Hirsches. Was wollt ihr hier? fragte eine strenge Stimme. Um diese Zeit haben junge Rehe zu schlafen und nicht in den Wäldern herumzulaufen. Verstanden? Rieke verbarg sich ängstlich hinter der Schwester. Ulla aber hob den Kopf und sagte mit einer Stimme, die ein ganz klein wenig bebte. Ein Stern ist vom Himmel gefallen, ein wunderschöner Stern. Drüben am Wiesenrand liegt er und ist sehr traurig, weil seine Zacken verbogen sind und weil sein Licht verlöschen muss, wenn ihm niemand in die Höhe hilft. Und das kannst nur du tun mit deinem großen, starken Geweih. So, so, sagte der Hirsch und seine Stimme klang ein wenig freundlicher. Ein Stern ist also vom Himmel gefallen? Jetzt wurde auch die kleine Rieke mutiger. Ein so schöner Stern mit grünem Schein, sagte sie hinter dem Rücken ihrer Schwester hervor. Und er möchte so gern wieder fliegen. Wenn ihr mir den Weg zeigen wollt, komme ich mit euch. Entgegnete Nemo. Ich habe Sterne bisher immer nur am Himmel gesehen. Nie während meines ganzen Lebens ist einer auf die Erde gefallen. Ich will ihm gerne helfen, wenn ich kann. Und zu dritt eilten der Hirsch und die beiden Rehe durch Jungholz und Hochwald nach der Wiese. Es war schon dämmerig geworden und die ersten Vogelrufe kamen verschlafen aus den Zweigen. Witternd hob der Hirsch den Kopf in die Höhe. Dann trat er mit raschen Schritten ins Freie. Am Waldrand kauerten die Tiere und murmelten bei seinem Anblick. Nemo kommt! Der stolze, gewaltige Nemo! Alles wich zur Seite. Wo ist der Stern, der vom Himmel gefallen ist? Fragte der Hirsch. Und die beiden Rehe streckten die Köpfe vor und suchten nach der Stelle, wo sie den Stern verlassen hatten. Aber kein Leuchten, kein Fünkchen Glanz war mehr zu erblicken. Er ist erloschen noch, ehe der Morgen anbrach, sagte das Eichhorn mit leiser Stimme und wischte sich eine Träne aus den Augen. Der arme, schöne Stern! Nemo trat näher. Mit einer einzigen Bewegung seines mächtigen Hauptes stemmte er einen dunklen Gegenstand mit abgebrochenen und verbogenen Zacken aus der Erde. Schweigend ließ er dann das schwärzliche Ding wieder zu Boden fallen, wandte sich und ging mit gelassenen Schritten in den Wald zurück. Betrübt folgten ihm die beiden Rehe. Sterne gehören eben an den Himmel und nicht auf die Erde, erklärte das Eichhorn und wandte sich zum Gehen. Oben strahlen sie als die hellen Laternen der Nacht. Hier unten müssen sie sterben und verlöschen. Ich gehe auf meinen heimatlichen Baum zurück und hole mir ein paar Haselnüsse zum Frühstück. Langsam zerstreuten sich die Tiere. Der Morgenwind fuhr durch die Zweige und blätterte etwas Laub herab. Es fiel auf den Stern und deckte ihn zu. Die Sonne kam mit ihrem goldenen Gesicht über den Horizont. Ihre Strahlen schlüpften durch Grashalme und Laub und liebkosten den eiskalten Stern. Er war ein Himmelsbewohner. Er wanderte leuchtend durch viele Nächte, sagten die Sonnenstrahlen. Armer, schöner, erloschener Stern. Sommers Abschied Ich spüre, dass mir der Winterpelz wächst, sagte eines Tages das rote Eichhorn zu seinem Freunde, dem Hasen. Das bedeutet einen frühen und kalten Winter. Nepomuk, der eben an einem Blatte knabberte, machte ein Männchen, spitzte die Ohren und sah in die Höhe. Ja, die Schwalben sind fortgeflogen, die Störche und Kraniche werden auch bald vorbei wandern und die Krähen singen schon ihr Herbstlied. So sang- und klanglos sollen wir den schönen Sommer ziehen lassen? Fragte die Häsern, die sehr gefühlvoll war. Das will mir gar nicht in den Kopf. Nepomuk erwiderte nichts, aber er sah so aus, als ob er ein Geheimnis mit sich herumtrüge. Endlich fasste er sich ein Herz und sprach, Schon lange ärgert es mich, dass wir uns beim Geburtstagsfeste der Waldfee so wenig ausgezeichnet haben. Dichten? Das kann jeder, der sich nur ein wenig Mühe nimmt. Das habe ich an mir selbst erfahren. Tu? riefen Hasen und Eichhorn wie aus einem Mund. Nepomuk nahm die Mine bescheidenen Stolzes an. Ich habe heimlich ein Spiel verfasst. Es führt den Titel Sommers Abschied und es soll bei einem Sommerscheidefeste, das wir der Elfe geben wollen, aufgeführt werden. Ah! sagte die Häsin erstaunt. Da habe ich einen Dichter zum Manne und weiß gar nichts davon. Es war auch ein ordentliches Stück Arbeit, versicherte der Hase Nepomuk. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen. Wir wollen gleich die Rollen verteilen und die Proben beginnen, ehe die Elfe ihr Winterquartier bezieht. Wie viele Personen hat das Stück? fragte die Älster und trippelte aufgeregt hin und her. Ich spiele für mein Leben gern Theater und deklamieren kann ich wunderschön. Da haben wir erstens den Sommer, entgegnete Nepomuk. Er muss grün sein und Abschied nehmen. Nummer zwei, die Sonne. Dann kommt noch der Nebel vor, der Wind und die letzte Blume. Das wird entzückend sein, rief die Älster. Darf ich auch in dem Spiele mitwirken? Meinethalben spricht den Nebel, gestattete der Hase großmütig. Die Sonne gebe ich selbst mit einer gelben Sonnenblume als Abzeichen. Du, Eichhorn, kannst die Rolle des Windes übernehmen. Ein Windbeutel und Bruder Leichtfuß bist du ohne dies. Und unser jüngstes Hasenkind spielt die letzte Blume. Das wird sehr rührend und lieblich sein. Aber wer gibt den Sommer? Ich habe schon den Grünspecht fragen lassen, aber der ist verhindert. Der Hase wiegte sorgenvoll den Kopf. Grün muss der Betreffende sein und eine schöne Stimme muss er haben, denn er singt zum Schluss sein Abschiedslied. Ich will den Sommer spielen, sagte die tiefe Stimme des Igels aus dem Gras hervor. Du? schrie Nepomuk. Hast du vielleicht ein grünes Kleid an? Hast du etwa eine süße Stimme? Mit deinen erdfarbigen Stacheln willst du den Sommer spielen, der hold und anmutig ist und die allerschönsten Blumen in seinem Mantel trägt? Lass dich nicht auslachen, Gefatter Ige. Aber der Ige ließ sich durchaus nicht einschüchtern. Das grüne Kleid ist zu beschaffen, entgegnete er. Ihr schüttelt grüne Blätter von den Sträuchern. Ich wälze mich darin, bis meine Stacheln damit gespickt sind. Dann bin ich grün angezogen und spiele den Sommer. Und deine Stimme? Erwiderte der Hase. Sie ist rau und heiser. Wie willst du das Abschiedslied des Sommers singen? Oh, ich schlucke alle Tage einen Löffel voll Honig. War des Igels Antwort. Du wirst sehen, wie schön ich dann singe. Da konnte der Hase keine Einwendungen mehr machen und musste dem Igel seinen Willen lassen. In der nächsten Zeit konnte man mit den Leuten, die in Nepomuks Festspiel auftreten sollten, kein vernünftiges Wort reden. Die Elster schwatzte gereimtes und ungereimtes Zeug durcheinander. Das Eichhorn wiederholte seine Rolle, der Igel konnte nicht genug Honig bekommen. Nepomuk selbst ging mit ernster Würde einher. Man war nicht umsonst Dichter. Und noch dazu einer, der aufgeführt werden sollte. Von Tag zu Tag bekam er mehr Achtung vor sich selber. Dann kam der blaue Herbstmorgen, an dem das Spiel beginnen sollte. Die Elfe war noch einmal auf ihre liebe Wiese gekommen, in einem Kleid von herbstzeitlosen Farbe, mit Tauperlen verziert. Die letzten Libellen und Schmetterlinge umflatterten sie. Der kurze Grasboden gab eine vortreffliche Bühne ab und alle Wiesen- und Waldbewohner warteten voll Neugier auf das Spiel. Die Aufführung beginnt, rief Hase Nepomuk und schob eine grüne Blätterkugel heran, in der niemand den guten, stacheligen Igel erkannt hätte. Jetzt begann die Blätterkugel mit ganz tiefer Stimme zu deklamieren. Ich bin der Sommer im grünen Kleid, doch bald vorüber ist meine Zeit. Der Nebel zieht, der Nebel graut, wo ist die Sonne, meine Braut? Ihr Auge sehe ich gar nicht mehr, sie wirft mir keine Strahlen her. O Nebel, lieber Nebel mein, wo steckt der warme Sonnenschein? Das ganze Honig schlucken war umsonst, murrte Nepomuk leiser. Die Stimme ist nicht schöner geworden, wie wird sie erst beim Singen klingen? Jetzt erschien das jüngste Feldhäschen, geschmückt mit einem Kränzlein von Wiesenblumen. Es hatte große Angst vor den Zuhörern und zitterte am ganzen Leib. Es kommt von Nord der kalte Wind, begann es und klapperte mit den Zähnen. O weh, mir armen Blumenkind, mein dünnes Kleid, wie ist mir kalt, bald, bald, bald. Bald wintert es in Feld und Wald, flüsterte die Häse in ihrem Sprössling zu. Der aber blieb rettungslos in seinem Verslein stecken, ob auch Vater Nepomuk die Ohren streng aufrichtete und ein böses Gesicht machte. Darob fürchtete sich das Häslein gewaltig, machte einen Satz und verschwand im Walddunkel. Der Wind erscheint, rief Nepomuk mit lauter Stimme. Mit zierlichen Sprüngen, den schönen, buschigen Rotschweif aufgestellt, betrat das Eichhorn die Bühne. Ich komme vom Norden mit eiligem Flügel, ich treibe die Wolken um Berge und Hügel, versteckt euch, verkriecht euch in Busch und Gehänge, bald streue ich der Flocken schneeweißes Gedränge. Sehr schön gesprochen, lobte die Elfe und klatschte in die Hände. Ach ja, bald kommen Winter- und Schneegestöber und meine Blumen und Tiere gehen schlafen. Sie war ganz traurig geworden und wischte eine Träne aus den leuchtenden Augen. Jetzt war die Reihe an Nepomuk und als er kam, musste alles lachen. Er hatte keine Sonnenblume auftreiben können und half sich, indem er mit einer Verbeugung sagte, ich bin nämlich die Sonne. Es war wirklich zu komisch, den Hasen Nepomuk für die Sonne halten zu sollen. Der war aber viel zu sehr in sein Spiel vertieft, als dass er die Heiterkeit der Zuschauer bemerkt hätte und begann Die Tage kurz, die Nächte kalt, bald wintert es in Feld und Wald. Der arge Nebel stiehlt mein Licht, verschluckt mein goldenes Gesicht. Wir müssen auseinander gehen, lebt wohl, lebt wohl, auf Wiedersehen. Bei diesen Worten deutete Nepomuk mit böser Miene zur Elster hinüber, die ja den Nebel vorstellen sollte und jetzt ihr Verslein herzusagen gehabt hätte. Die gute Elster aber, die einen kurzen Verstand hatte, wusste längst nicht mehr, dass dies alles Scherz und Spiel war, auch Nepomuks unfreundliches Gesicht. Was? schrie sie und schlug zornig mit den Flügeln. Was gestohlen hätte ich? Dir dein Licht gestohlen, alter Nepomuk? Und dein goldenes Gesicht auch? Am Ende wirfst du mir noch vor, dass ich dir silberne Löffel entwendet hätte? Und sie kam mit Schnabel und Flügeln dem Hasen so bedenklich nahe, als ob sie ihm die Augen aushacken wollte. Sie war immer sehr aufgebracht, wenn man vom Stehlen sprach. Vielleicht hatte sie doch kein ganz reines Gewissen. Nepomuk war wie vom Donner gerührt. Sein schönes Festspiel. Was fällt der Elster, der alten Klatschbase, ein? dachte er bei sich. Ist sie toll geworden? Hat sie ihre Rolle vergessen? Was für ein Gesicht macht die Elfe dazu? Er setzte sich auf die Hinterbeine, machte ein Männchen und sah die Elster mit seinen großen, runden Augen fassungslos an. Sag's doch einmal, dass ich gestohlen habe! Zeterte dieser. Die Zuschauer wussten nicht recht, ob dies ernst oder Spiel wäre. Alles reckte die Köpfe und sah nach der Elster hin, die sich ganz wild und kriegerisch gebärdete. In diesem Augenblick fiel ein Schuss am anderen Ende der Wiese. Ein feines Rauchwölkchen flatterte auf. Ein kurzer, scharfer Knall folgte. Husch, war alles geflüchtet, was ich auf der Bühne und im Zuschauerraum befunden hatte. Die Falter in die Luft, Hase und Eichhorn in den Wald, die Elfe in den Kelch einer großen Herbstzeitlose, darin sie ganz verschwand. Nur die grüne Blätterkugel, die den Sommer vorstellte, blieb seelenruhig auf dem verlassenen Rasenplatze liegen. Was für ein verdächtiges Ding ist das? Sagte der große, braune Jagdhund Feldmann, der jetzt herangesprungen kam. Er stieß die Kugel mit seiner Schnauze an und die verborgenen Stacheln stachen ihn heftig in die Nase. Der Hund fuhr zurück und versuchte mit der Pfote anzukommen. Da hatte er sie auch schon zerstochen. Er legte sich nieder und bellte wütend und empört. Das Ding rührte sich nicht. Er stürzte nochmals drauf los, um heulend von ihm abzulassen und mit eingezogenem Schweife davonzulaufen. Gegen einen klugen Igel kommt der beste Jagdhund nicht auf. Ist die Luft rein? fragte es jetzt aus der Herbstzeitlose. Ganz rein, entgegnete der Igel. Die Elfe Traumseele kletterte aus der Blume, um ihren Libellenwagen zu besteigen. Da ist Blut am Boden, sagte sie plötzlich. Auf dem Rasenfleck, der die Bühne vorgestellt hatte, zog sich eine Blutspur über Gräser und Farnkräuter nach dem Walder. Hätte Feldmann für etwas anderes Augen gehabt als für den verkleideten Igel, hätte er die Spur merken müssen. Wer ist verwundet? fragte die Elfe und sah in die Runde. Ich scheinbar nicht, erwiderte das Eichhorn, das wieder herbeigekommen war und nur an sich dachte. Der Igel auch nicht, denn der ist eben vergnügt nach seinem Hause gelaufen. Bleibt noch die dumme Elster, die uns das Spiel verdorben hat. Aber die flog davon. Es kann also nur der Hase Nepomuk sein. Da müssen wir nachsehen, entgegnete die Elfe. Sie folgten der roten Spur, die wirklich nach der Wohnung des Hasen führte. Nepomuk lag im Bett, hatte einen Verband um die Vorderpfote, die von einem Schrotkorn gestreift worden war und einen Umschlag um den Kopf. Vor ihm stand eine Tasse Fliedertee, den ihm die Häsen gekocht hatte. Mein schönes Festspiel, jammerte er, als er der Elfe ansichtig wurde. So viel Mühe, so viel Arbeit und dann war alles umsonst. Hätte ich nur die Elster nicht mitspielen lassen. Kränke dich nicht, Nepomuk, tröstete die Elfe. Zuallererst musst du jetzt gesund werden und zu diesem Zwecke von dem Kräuterlein heile bald essen, das ich dir mitbringe. Es schmeckt zwar bitter, aber deine Wunde wird sich dann rascher schließen und dein Spiel war trotz des Missverständnisses der Elster sehr hübsch und gelungen. Ich werde den ganzen Winter daran denken. Kommt dann der Frühling mit seinem blauen Himmel und seinem Blumenüberfluss wieder, dann treffen wir alle auf unserer Wiese zusammen und feiern das Frühlingsfest. Damit verabschiedete sie sich. Leb wohl, leb wohl, auf Wiedersehen, rief ihr Nepomuk nach. Ich muss mein Nest mit Moos polstern, damit ich im Winter nicht friere, rief das Eichhorn, das immer an sich dachte, und verschwand. Nun kam der wirkliche Wind gefahren und peitschte Zweige und Äster. Er war kalt und rau und brachte Schneeflocken mit, die sich den Bäumen auf die Wipfel setzten und die Wiese mit einer weißen Decke verhüllten. Nepomuk aber, den der Gedanke an Ruhm und Ehren nicht mehr ruhen ließ, und sagte, Ich werde für das Fest des Frühlings ein neues und noch viel schöneres Festspiel schreiben. Prinz Fressi Selva und Prinzessin Isidusi Vor Zeiten lebte ein König und eine Königin. Die hatten einen einzigen Sohn, der Fressi Selva hieß. Der war groß, dick und gefräßig über die Maßen und tat den ganzen lieben Tag nichts anderes als Essen und Trinken. Wenn er mit einer Mahlzeit fertig war, fing er gleich wieder mit der nächsten an, aß er aber gerade nicht, dann dachte er wenigstens ans Essen und wollte von keiner Arbeit hören. Hatte er zum Frühstück schon gebratene Hühner und gefüllte Täubchen mitsamt einem Berg von Butterbroten verzehrt, so ließ er sich den Koch kommen und fragte ihn, was es zum Gabelfrühstück Gutes gäbe. Und war er mit diesem fertig, so schrie er nach dem Mittagessen, als hätte er acht Tage gefastet und verschlang so viel wie sieben Scheunendrescher zusammen. So ging es Tag aus und Tag ein, von früh bis in die Nacht. Und dann schnarchte Prinz Fressi Selva, dass die Decke zitterte und das ganze Schloss dröhnte. Kein Wunder, dass er von diesem Leben so dick und unförmig wurde, dass er durch keine Tür mehr ging und alle Eingänge vergrößert werden mussten, um den Fresssack durchzulassen. Schließlich musste sogar ein großes Tor in die Schlossmauer gebrochen werden, damit Prinz Fressi Selva ungehindert aus- und eingehen könne. Der König war über den ungeratenen Sohn sehr unglücklich und wusste nicht, was mit ihm beginnen. Denn wie sollte etwas Gescheites aus einem Menschen werden, der nicht lernen und nicht arbeiten, nur ununterbrochen essen wollte? Die Königin aber, deren Liebling der Prinz von klein auf war, sagte, Das arme Kind wird noch so viel arbeiten müssen, wenn es einmal König ist, dass man es jetzt ordentlich essen lassen sollte. Wenn das sofort geht, wird der Prinz eines Tages platzen und dann ist alles zu Ende, sagte der Leibarzt kopfschüttelnd. Man muss ihn zerstreuen, man muss ihn auf andere Gedanken bringen, sonst isst und trinkt er sich noch zu Tode. Aber das war leichter gesagt als getan. Brachte man dem Prinzen nicht genug zu essen, so holte er sich aus der Küche, was ihm schmeckte und war der König streng, so gab ihm die Königin heimlich, was er wollte. Als der Prinz eines Abends wieder ein ganzes Spanferkel vom Spieß genommen und aufgegessen hatte, ließ der König seine Räte zu sich kommen und trug ihnen die Sache vor. Ihr werdet meinen Kummer verstehen, sagte er. Wie kann ein Mensch König werden, der nichts kann, weiß und versteht, als zu essen? Die Räte nickten mit ernsten Gesichtern und dachten lange und angestrengt nach. Endlich sagte der eine, großmächtiger König, wie wäre es, wenn wir den Prinzen eine Weltreise machen ließen? Bedenkt die vielen Eindrücke, die man auf Reisen hat, die schönen Gegenden, die man sieht, die Abenteuer, die man erlebt. Gut gesprochen, sagte der König. Morgen muss Prinz Fressi selber eine Reise um die Erde antreten. So geschah es auch. Man suchte zuvor noch im ganzen Lande ein Ross, das stark genug wäre, den Prinzen in die weite Welt zu tragen, und fand endlich einen Ackerschimmel, der imstande war, die ungeheure Last zu schleppen. Den schirrte und zäumte man mit königlichem Prunke, setzte den Prinzen darauf, gab ihm ein Gefolge von edlen Rittern mit und schickte ihn also auf Reisen, damit er von seiner Fresssucht geheilt würde. Jetzt wird er es sich abgewöhnen, den ganzen Tag zu essen, sagte der König grimmig und sah dem Davonreisenden nach. Jetzt wird er seine Augen aufmachen und etwas lernen und als anderer Mensch zurückkommen. Die Königin aber schluchzte in ihr Taschentüchlein. Wenn er nur nicht Hunger leidet, wer weiß, wie in der weiten Welt draußen gekocht wird. Die Jahre vergingen und eines Tages kehrte die kleine Karawane des Prinzen von der Reise um die Welt zurück. Aber wenn der König gehofft hatte, der Prinz werde als ein anderer zurückkehren, so war er im Irrtum. Ebenso unförmig, ebenso dick und gefräßig kehrte Fressi selber von seiner Reise in die weite Welt zurück. Beinahe ertrug das schwere Ross seinen Herrn nicht mehr. Kaum hatte sich der Prinz mühsam aus dem Sattel gehoben, so ging er auch schon in die Küche und rief, Koch, meine Leibgerichte her, und dass du mir nicht zu wenig schickst, denn ich habe von meiner Reise großen Hunger mitgebracht. Was hast du in der weiten Welt gesehen? fragte der König, als man bei Male saß. Aber der Prinz wusste nichts von Gebirgen und Meeren zu sagen und hatte kaum die Namen der Städte behalten, durch die er gekommen war. Dafür wusste er von Süd und Nord, von Ost und West die Leibgerichte der fremden Völkerschaften her zu zählen, hatte sich die Bereitungsart der Speisen und die Namen der Getränke gemerkt und berichtete, was er an diesem oder jenem Orte verzehrt und wie es ihm geschmeckt hatte. Als der König dies vernahm, wurde er rot vor Ärger. Abermals rief er seine Räte zusammen und sagte, Ihr seht, der Prinz ist ebenso dick, dumm und gefräßig von der Reise zurückgekommen, wie er auszog. Er will nichts arbeiten. Er will keine Bewegung machen. Er will nur essen. Hat man jemals schon einen so ungeratenen Prinzen gesehen? Wieder schüttelten die Räte die Köpfe und dachten lange und angestrengt nach. Endlich meldete sich der Kanzler des Königs zum Wort. Der Prinz soll heiraten, sagte er mit seiner hohen Fistelstimme. Eine lustige kleine Frau wird einen anderen Menschen aus ihm machen. Wieder nickte der König mit dem Kopf. Das ist alles gut und schön, sagte er. Aber wen soll er heiraten? Die benachbarten Prinzessinnen lachen ihn ja alle aus. Wer wird denn den Vielfraß heiraten wollen? Auch daran habe ich gedacht, sagte der Kanzler. An der Grenze unseres Königreiches ist ein tiefer, finsterer Wald. Sieben Tage und sieben Nächte braucht man, um ihn zu durchreiten. Aber jenseits des großen Waldes ist eine heitere Landschaft. Und dort steht das Blumenschloss, der Prinzessin Isidusi. Das ist die reizendste und zierlichste kleine Prinzessin, die es weit und breit gibt. Sie hat eine allerliebste Stimme. Sie spielt die Harfe, dass es ein Vergnügen ist. Und sie kann tanzen, das einem Hören und Sehen vergehen. Ich bin sicher, wenn irgendjemand, so gewöhnt sie unserem Prinzen das viele Essen ab und macht einen vernünftigen Menschen aus ihm. Die Räte murmelten Zustimmung und auch der König war mit dem Vorschlage einverstanden. Man schickte um den Prinzen und teilte ihm mit, dass er durch den tiefen finsteren Wald reiten und um die Hand der reizenden Prinzessin Isidusi jenseits des Waldes anhalten müsse. Als der Prinz von der Schönheit der Prinzessin hörte, war er ganz einverstanden und ließ seinen Schimmel satteln, um gleich loszureiten. Nur die Königin war außer sich und rief, Sieben Tage und sieben Nächte soll er durch den tiefen finsteren Wald reiten. Da wird er ja schwach und mager werden. Am Ende wird er sich verirren und in dem schrecklichen Walde umkommen. Aber Prinz Fressi selber lachte, dass alles dröhnte. Das lass nur meine Sorge sein, liebe Mutter, sagte er. Ich nehme mir schon viel Essvorrat mit, dass mir nichts geschehen kann. Er bepackte seinen Schimmel vorn und hinten mit den leckersten Dingen, die er in der Vorratskammer des Schlosses finden konnte. Da sah man einen ganzen Schinken vom Sattel hängen. Würste, Speckseiten und Weißbrote fehlten auch nicht und der arme Schimmel war so beladen, dass der Prinz ihn gar nicht besteigen konnte, sondern zu Fuß neben ihm ein Herschritt in den tiefen finstern Wald. Am ersten Tage ging alles gut. Der Weg war schön gebahnt, die Sonne schien hell und warm und der Prinz ging vergnügt unter den großen Tannen und Fichten dahin, die mit ihren grauen Flechtenbärten aussahen wie die alten, ehrwürdigen Räte seines Vaters. Es zeigte sich, dass der Wald in der Nähe gar nicht so unheimlich war, als man draußen glaubte. Der Boden war mit Moos bedeckt, in der Erde steckten die drolligsten roten, gelben und weißen Pilze, die Sonnenstrahlen malten lustige Ringe und tanzende Kreise ins Dunkel, und die Vögel schmetterten und jubilierten, dass es ein Vergnügen war, zuzuhören. Aus hundert Blumenkelchen leuchtete der Sommer. Prinz Fressi selber hatte keine Augen für die Schönheit des Waldes. Was nicht zu essen war, interessierte ihn nicht, mochte es noch so lieblich aussehen oder klingen. Wenn er jetzt vor sich hin schmunzelte und die Augen aufmerksam durch die grüne Wildnis schweifen ließ, so geschah dies nicht aus Liebe zum Walde und zu seinen Bewohnern, sondern weil Prinz Fressi selber in der Magengegend ein gelindes Prickeln spürte und sich dachte, jetzt suche ich mir ein recht schönes Plätzchen, um meine Vorräte auszupacken und ein Mahl einzunehmen. Der Platz war bald gefunden. Am Rande einer Lichtung breitete eine riesige Eiche ihre Äste über kurzes Gras. Ein Bächlein lief eilfertig vorüber. Prinz Fressi selber packte seine Vorräte aus, ließ den braven Schimmel auf der Lichtung grasen und labte sich nach Herzenslust an kaltem Braten und an Wein, den er im Bächlein sorgfältig kühlte. Dann drehte er sich auf die Seite und bald scholl sein Schnarchen wie das Geräusch einer ungeheuern Säge durch den Mittagswald. Der Prinz schlief bis zur nächsten Mahlzeit und dann wieder bis zum kommenden Morgen. Endlich bestieg er den erleichterten Schimmel und setzte seine Reise fort. Auf diese Weise verbrachte Fressi selber den nächsten und den übernächsten Tag mit Reiten, Essen, Trinken und Schlafen und kam so immer tiefer in den dichten Wald hinein. Am vierten Morgen aber merkte er mit Unbehagen, dass die Vorräte auf dem Rücken seines Schimmels zusammengeschmolzen waren und am fünften Tag besaß er nur noch eine Schweinskeule und einen Weckenbrot. Der Wald wurde immer düsterer und undurchdringlicher. Felsen legten sich breit in den Weg. Brombeersträucher hakten sich mit ihren Dornen in die Kleider und das Unterholz wurde so unwegsam, dass Ross und Reiter alle Augenblicke stecken blieben. Die gute Laune des Prinzen schwand und nur der Gedanke an die Prinzessin Isidusi ließ ihn in der Wildnis ausharren. Sein Magen knurrte in allen Tonarten und Fressi selber dachte wehmütig an die königliche Küche und die guten Sachen, die darin geschmort und gebacken wurden. Fast kam ihm das Weinen darüber an, dass er so hungrig im Walde umherirren musste. Zum Glück waren alle Holzschläge und Lichtungen mit Erdbeeren und Himbeeren bedeckt und Fressi selber stieg vom Pferde und sättigte sich in mühsamen Bücken mit den Früchten. So verging der fünfte und der sechste Tag und am Morgen des siebten sagte Prinz Fressi selber, Nun ist es aber höchste Zeit, dass ich das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi erblicke. Länger halte ich das Fasten nimmer aus. Wirklich lichtete sich endlich der Wald. Die Tannen und Fichten traten beiseite und man sah auf eine schöne Au hinaus, in deren Mitte das berühmte Blumenschloss der Prinzessin stand. Jetzt verstand der Prinz auch, warum es diese Namen führte. Seine Wände bestanden aus Rosenhecken, Sein Dach war aus roten Rosenblättern gefügt, seine Welle und Zinnen waren hohe Lilienstängel und die Zufahrt schützten zwei Reihen kriegerischer Schwertlilien, die ihre scharfen Lanzen allen Eindringlingen entgegenhielten. Vor dem Schlosse standen als Ehrenwache der Rittersporn in seiner blauen Uniform und der Eisenhut mit seiner Sturmhaube und hüteten den Zutritt zu der schönen Prinzessin. Als Fressi selber das Schloss erreicht hatte, war es Abend geworden und alle Blumen hatten ihre Kelche festgeschlossen. »Hey, Holla! Aufgemacht!« rief Fressi selber mit lauter Stimme und stieg von seinem Gauler. Aber niemand antwortete. Alles schlief. Nur die Schwertlilien hielten dem Prinz ihre Waffen entgegen und der Rittersporn sprang hervor und sprach, »Mit Schwert und Sporn, mit Sturmhut und Dorn, so schützen wir Ritter, das Schloss und das Gitter. Drum ziehe vorbei, wie immer es sei!« Da blieb Fressi selber nichts übrig, als mit klapperndem Magen im Freien zu bleiben, sein Ross an einen Baum zu binden und sich auf das Gras zum Schlafen hinzulegen. Am nächsten Morgen sagte Prinzessin Isidusi zu ihrer Kammerfrau, »Wie schlecht ich heute Nacht geschlafen habe! Es muss ein entsetzlicher Sturm draußen gewesen sein, denn es dröhnte und krachte, als sollte die Welt untergehen. Dabei regt sich doch kein Blättlein an den Rosenhecken und im Garten. Hat mir vielleicht alles nur geträumt?« »Ich hatte auch einen bösen Traum,« entgegnete die Kammerfrau, während sie der Prinzessin die langen Haare kämmte und ihr die goldenen Schühlein anzog. »Mir träumte ein ungeschlachter Riese käme vor unser Schloss, der war so groß und schwer, dass unter ihm die Erde zitterte und der Boden bebte. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.« In diesem Augenblicke kam der wachhaltende Rittersporn herein, verneigte sich und sprach, »Erlauchte Isidusi. Ein fremder Prinz ist angekommen. Der ist groß wie ein Berg und hat die ganze Nacht vor unserem Schlosse so laut geschnarcht, dass alle Fensterscheiben gesprungen sind.« »Was will der fremde Prinz bei uns?« fragte Prinzessin Isidusi neugierig. »Er sagt, der Ruf deiner Schönheit sei bis in sein Königreich gedrungen, und er könne nicht mehr essen und nicht mehr schlafen, bevor er dich gesehen habe.« »So führe ihn herein«, sagte die Prinzessin. »Ich bin gespannt, diesen Riesen von einem Menschen zu sehen.« Da gaben die Schwertlilien den Weg frei und steckten ihre Lanzen ein. Die Rosenhecken zogen ihre Dornen zurück und der Rittersporn führte den Prinzen in das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi. Weil hier aber alles für kleine und zierliche Leute bestimmt war, blieb der dicke Prinz überall hängen und stecken, trat ein paar Schwertlilien nieder, riss große Löcher in die Rosenwände, sodass hinter ihm ein unwilliges Gemurmel einherlief, bis er endlich vor der Prinzessin anlangte und sie mit einer tiefen Verbeugung begrüßte. Jetzt sah Prinz Fressi selber, der sich bisher um nichts als ums Essen gekümmert hatte, dass er in seinem ganzen Leben noch nichts so Liebliches erblickt hatte, als es Isidusi war. Sie hatte freundliche blaue Augen, sie hatte langes blondes Haar und ihre Stimme läutete wie ein feines silbernes Glöckchen. Jetzt klatschte sie in die Hände und sagte, Oh, ein Menschenberg, wirklich ein Menschenberg. Noch nie habe ich so etwas gesehen. Zum ersten Male schämte sich der Prinz seines unförmigen Aussehens und um alles in der Welt hätte er der kleinen Prinzessin gefallen mögen. Er tat einen Kniefall vor ihr, bei dem das Schloss in seinen Grundmauern erzitterte, sodass die Prinzessin ihn bat, nur schleunig wieder aufzustehen. Dann fragte sie Fressi Selva nach seiner Heimat, seinem Königreiche, seinen Eltern und dem Zwecke seiner Reise, worauf der Prinz erzählte, weshalb er gekommen sei. Da du eine so weite Reise gemacht hast, lieber Prinz, ist es nur billig, wenn wir dich nach Kräften ehren. Wenn es dir recht ist, wollen wir auf die Wiese vor das Schloss gehen und ein Ball- und Reifenspiel veranstalten, wie du es gewiss kennst und geübt hast. Dem Prinzen wurde es bei diesen Worten Angst und Banger, denn er war viel zu faul gewesen, um seine Glieder jemals im Ballspiele zu bewegen. Die Prinzessin klatschte in die Hände. Da traten ihre Gespielinnen herein, brachten goldene Bälle und silberne Reifen und alle liefen fröhlich auf die Wiese. Nur Prinz Fressi Selva stand hilflos und ungeschickt inmitten der Schar erzieherlicher Mädchen, die einander die Bälle zuwarfen und die Reifen zu schleuderten. Jetzt bedauerte er von Herzen, dass er niemals ein Ballgerät in die Hand genommen hatte. Aber es war zu spät. Die Mädchen kicherten und lachten, als sie den dicken Prinzen sich vergeblich bemühen sahen. Er war teppisch wie ein Bär und wenn er einen Ball im Fluge fangen wollte, fiel er hin und konnte sich kaum erheben. Die Prinzessin runzelte die Stirn und sagte, Wenn es dir lieber ist, edler Prinz, so wollen wir uns in den Musiksaal begeben und fröhliche Lieder singen. Sie gingen in eine weite Halle, deren Bogenfenster geöffnet waren und den Blick auf die Landschaft freiließen. An den Wänden hingen Instrumente aller Art, Lauten und Harfen, Flöten und Geigen. Eines der Mädchen reichte es sie du sie eine silberne Harfe und die Prinzessin begann zu spielen und ein Lied dazu zu singen. So schön, dass die Vöglein vor den Fenstern aufhörten zu zwitschern. Der Wind nicht mehr wehte, die Baumblätter nicht mehr rauschten und alles den Atem anhielt. Die Rosen vor den Fenstern aber hatten Tränen von Tau in den Augen. Auch Fressi selber gefiel das Spiel und der Gesang. Aber seine Gedanken verirrten sich zu seinem geliebten Essen und er ertappte sich dabei, dass er mit offenen Augen von einer reich besetzten Frühstückstafel und allerlei guten und schmackhaften Dingen träumte. So erschrak er denn, als ihm die Prinzessin mit einem wunderlieblichen Lächeln die Harfe reichte und ihn bat, nun seinerseits ein Liedchen zum Besten zu geben, wie es in seiner Heimat gesungen werde und wie es ihm geläufig sein müsse. Da stand Prinz Fressi selber mit der silbernen Harfe in der Hand und wusste nicht, wie man die Akkorde greifen müsse, geschweige denn, wie man ein Lied singe und sich anmutig dazu begleite. In seinem ganzen Leben war es ihm nicht so ungemütlich zumute gewesen wie jetzt. Wohl hatte ihm sein Vater die allerbesten Lehrmeister gehalten, aber weil der Prinz von nichts anderem wissen wollte als vom Essen, waren sie unverrichteter Dinge fortgezogen. Jetzt hätte Fressi selber sein halbes Königreich dafür gegeben, hätte er ein Liedchen singen können. Aber er musste gestehen, dass er nichts konnte, nicht singen und nicht spielen. Am liebsten wäre er in den Erdboden versunken. Die Prinzessin reichte die Harfe einer ihrer Gefährtinnen und während diese spielte, begann es Sidusi zu tanzen. Das war so lieblich anzusehen, wie der Tanz von Elfen auf einer Mondscheinwiese. Nach und nach nahmen auch die anderen Mädchen an dem Tanze teil und die Prinzessin führte den Reigen an. Dem ungeschlachten Prinzen zum Tanze aufzufordern, mochte der Prinzessin doch zugewagt erscheinen. Als der Reigen zu Ende war, sagte es Sidusi, Nun, edler Prinz, wollen wir in den Speisesaal gehen und einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Wer war froher als Fressi Selva? Endlich etwas, wo ich meinen Mann stellen kann, dachte er. Die sollen staunen, wie ich essen werde. Er sah sich nach dem Fasten der letzten Tage vor einer leckeren Mahlzeit und gedachte, ihr alle Ehre anzutun. Aber wie erschrak er. Die Tafel war zwar aufs Zierlichste gedeckt und begrenzt, aber von den Genüssen, die er erwartete, fand er keine Spur. Nur Honig in Fingerhutkälchen, Blütentau, Erdbeerschaum und Rosen eingemachtes. Das war für seinen Magen und Hunger freilich wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Issi-Dusi, sagte nun, Lieber Prinz, wir haben dir gezeigt, was wir können und üben. Jetzt ist die Reihe an dir, uns Mädchen zu berichten, was du daheim gelernt und betrieben hast, in welcher Kunst du tüchtig bist und womit du dich beschäftigst. Gewiss wirst du uns von Dingen erzählen, die wir nicht kennen und verstehen. Gewiss hast du viel Fleiß und Eifer auf deine Arbeiten verwendet. Erzähle nun, wir wollen gerne von dir lernen. Jetzt brach dem dicken Prinzen der Angstschweiß aus allen Poren und er verwünschte den Ritt zu der wunderschönen Prinzessin Issi-Dusi. Er musste ihr ja bekennen, dass er gar nichts gelernt hatte, gar nichts konnte, wusste und verstand, ja, dass er seine ganze Zeit bisher zu nichts anderem verwendet hatte, als zum Essen und zum Schlafen. Durch das Gemach flatterte das helle Gelächter der Mädchen, denen es unglaublich vorkam, dass ein Prinz nichts gelernt habe, als zu essen. Aber das Lachen verstummte bald, denn Prinzessin Issi-Dusi lachte nicht. Sie sah den Prinzen lange traurig an und sprach, Du armer, armer Mensch, du hast ja keine Ahnung, was das Leben schön und wertvoll macht. Damit wandte sie sich ab und verließ das Zimmer. Prinz Fressi selber stand einen Augenblick wie vom Donner gerührt auf seinem Platzer. Dann drehte er sich auf seinem Absatz um und ging langsam die Treppe hinunter. Zum Schlosse hinaus, an den Schwertlilien vorbei und zu seinem Schimmel, der auf der Wiese graste. Den bestieg er und ritt davon. Hinter ihm lärmten die Spatzen. Ei, seht Herrn Fressi selber an, das ist für wahr ein wackerer Mann. Im Essen tut's ihm keiner gleich, in seinem ganzen Königreich. Allein was anderes kann er nicht, drum macht er jetzt ein trüb Gesicht und reitet heim auf seinem Gaul, groß, dick, gefräßig, dumm und faul. Der Prinz atmete auf, als das Walddunkel ihn endlich schützend aufnahm. Aber selbst hier schien es ihm, als verfolge ihn das helle Gelächter der Mädchen. Das Geschrei der Spatzen gelte ihm in den Ohren und selbst die Fichten schienen mit ihren langen Bärten vor heimlichem Lachen zu wackeln. Das Bächlein aber ließ seine Wellen kollern und schwatzte. Fressi selber, heißt er, im Essen ist der Meister. So ritt der Prinz trübselig durch den Wald und achtete selbst seines Hungers nicht. Das Rost trabte munter seines Weges. Es witterte den Stall. Auch wollte es ihm scheinen, als würde sein Reiter von Tag zu Tag leichter. Endlich langten beide wohlbehalten vor dem Königsschlosser an, von dessen Zinnen der König schon Ausschau hielt. Nun, was ist mit Prinzessin Isidusi? rief er von Weitem dem Prinzen entgegen. Der aber kam langsam und gänzlich verändert zu ihm und sagte, Seit sieben Tagen schäme ich mich, dass ich ein so unnützer Mensch gewesen bin. Wenn du es noch einmal mit mir versuchen willst, lieber Vater, so werde ich mein Leben ändern. Von heute an will ich lernen und arbeiten, damit man im Blumenschlosser eine bessere Meinung von mir bekommt. Wohl jammerte die Königin, als sie den Prinzen sah. Du armes Kind, gewiss haben sie dir nichts zu essen gegeben, drum siehst du so blass und mager aus. Aber der Prinz achtete nicht darauf, lief auch nicht in die Küche, wie es seine Gewohnheit gewesen war, sondern begann zu arbeiten und zu lernen, dass es eine Freude war. Wenn es ihn wieder einmal zu Müßiggang und Unmäßigkeit hinzog, brauchte er nur an die traurigen Augen Isidusis und an ihre Abschiedsworte zu denken. Dann, bis er die Zähne zusammen, gab sich einen Ruck und murmelte »Und ich werde dich doch noch zur Frau gewinnen.« Als das Jahr um war, erkannte niemand in dem schlanken, munteren Prinzen den früheren Vielfraß. Seine Lehrer rühmten seinen Fleiß und seine Begabung. In seinen freien Stunden schlug er Ball und Reifen, sogar die Hafe spielte er und manch andere Instrumente dazu. Eines Tags sattelte er seinen Schimmel und ritt, ohne ein Wort zu sagen, durch den tiefen, finstern Wald zum Blumenschloss der Prinzessin. Diesmal musste er seine Prüfung besser bestanden haben, denn er brachte die liebliche Isidusi auf seinem Pferd mit in sein Schloss und feierte mit ihr Hochzeit. Noch lange Jahre lebten König Fressi Selva und Königin Isidusi in Frieden und Freude. Ein Vielfraß ist Fressi Selva in seinem Leben nicht wiedergeworden. Der Paradiesvogel Auf einem Baume des Paradieses saß der Paradiesvogel. Er hatte eine Kehle so grün wie Smaragd und Augen wie funkelnde Rubiner. Seine Flügel waren zimtrot, der lang herabwallende Schweif trug Federn aus purem Gold. Der Schnabel war gelb und die zierlichen Füße hatten die Farbe des Himmels. Schon von Weitem schimmerte und schillerte der schöne Vogel wie ein glitzerndes Juwel. Stieg er flügelrauschend in die Höhe, so leuchtete er im Sonnenschein und sein goldener Schweif durchzog die Luft wie der eines Kometen. Eines Tages flog der Paradiesvogel zu dem ungeheuren Tore, das den Garten verschloss. Ich habe gehört, sagte er zu dem Hüterengel, der mit dem flammenden Schwerte das Paradies bewachte. Dass es den Menschen auf der Erde draußen nicht zum Besten geht, sie haben Sorgen, Mühsal, Krankheiten und viele Beschwerden zu ertragen. Ich möchte einmal zu ihnen hinausfliegen. Was willst du dort beginnen? fragte der Hüterengel. Kannst du ihnen Sorgen, Mühsal und Beschwerden abnehmen? Das nicht, entgegnete der Paradiesvogel. Aber ich kann ihnen Schönheit und Freude bringen. Ich kann ihnen das Lied des Paradieses singen und einen Schimmer seines Glanzes in ihr Leben tragen. Wie froh und dankbar werden alle Geschöpfe sein, wenn sie vom Paradies hören. Wenn du dich nur nicht täuschest, erwiderte kopfschüttelnd der Engel. Es soll schon vorgekommen sein, dass Boten und Propheten gesteinigt wurden, wenn sie die Welt beglücken wollten. Bist du so sicher, dass man auf der Erde draußen noch ans Paradies denkt? Aber wenn du durchaus willst, kannst du es ja versuchen. Der Engel öffnete das große Tor spaltbreit und der Vogel entflog. Tag und Nacht rauschten seine Flügel durch die Stille der Luft. Unter ihm lag baumlose Steppe, unter ihm dehnte sich endlos gelber Wüstensand. Felsen kamen, weiße Felsen, und wo sie endeten, begann tiefblau das Meer. Der Paradiesvogel flog dahin, unermüdlich und unermüdet. Irgendwo jenseits des Meeres musste Land sein, und dort traf er die Geschöpfe, denen er vom Paradiese erzählen wollte. Während sich unter ihm die Wogen hoben und senkten, dachte der Vogel immer nur daran, wie sehr er die Geschöpfe beglücken wollte. Schließlich endete das Meer. Ein grüner Strand schob sich heran, Wälder erschienen, Wiesen und Felder schlossen sich daran. Auf einem vereinzelten Baume inmitten einer weiten Sumpflandschaft saß eine Schar schwarzer Krähen. Vögel, rief der Paradiesvogel freudig. Wie gut, dass ich zuerst meinesgleichen antreffe, mit denen kann ich mich am besten verständigen. Er ließ sich langsam herab. Umkreiste den Krähenbaum und setzte sich flügelschlagend auf einen Ast. Die Krähen rückten ungehalten von dem strahlenden Besucher fort und erwiderten kaum seinen Gruß. In mürrischem Schweigen saßen sie da und musterten den Ankömmling. Sie sind wohl aus dem Ausland, krächzte endlich eine der Krähen und hüpfte auf den Fremdling zu. Man merkt es an ihrer schreienden und aufdringlichen Kleiderpracht. Bei uns liebt man die grellen Farben nicht. Sehen sie sich nur um. Solides gediegenes Schwarz überall. Das ist dauerhaft, praktisch und schmutzt nicht. Höchstens noch Schwarz mit Grau, rief eine Nebelkrähe und lüftete die Flügel. Aber ein solches Glänzen und Schillern ist im höchsten Grade unfein. Es passt vielleicht in einen Hühnerhof, sagte eine Dritte. Aber nicht zu den freien Vögeln des Waldes. Der Paradiesvogel saß zusammengekauert auf seinem Ast. Alle freundlichen Worte waren ihm in der Kehle stecken geblieben. Er verbarg den Kopf im Gefieder als ob er schliefe und schämte sich von ganzem Herzen der hässlichen Worte der Krähen. Vielleicht haben sie doch heimliche Sehnsucht nach dem Paradies, dachte er bei sich und hörte zu, worüber sie sprachen. Aber da ging die Rede nur über die besten Jagdplätze und wo man die fettesten Mäuse finge. Und als der Paradiesvogel leise wie aus Schlaf und Traum eine süße, selige Melodie des Paradieses ertönen ließ, da fingen die Krähen an, mit rauen Stimmen Krä, Krä zu schreien und in diesem Geschrei ging das Lied des Paradieses unter. Dann hob sich die schwarze Schar wie auf Befehl in die Luft und verschwand in dem nahen Walder. Wie verächtlich sie mich angeschaut haben, sagte der Paradiesvogel bekümmert und schüttelte den Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass man mich auf der Erde so unfreundlich aufnehmen würde. Aber vielleicht verstehen es diese schwarzen Vögel nicht besser. Es ist wohl zu lange her, dass sie vom Paradiese hörten. Ich will es anderswo versuchen. Der Vogel schwang die Flügel. Freude und Vertrauen kehrten in sein Herz zurück. Die rubinen farbenen Augen glänzten. Er überflog lange Strecken unbebauten Landes. Dann kamen Bauernhäuser, Scheunen und Gärten. Auf einer Wiese spielte eine Kinderschar und ließ bunte Papierdrachen in die Luft steigen. Plötzlich erschien der große glänzende Vogel unter den Drachen und lenkte alle Augen auf sich. Kleine Menschen, dachte der Paradiesvogel und ließ sich langsam tiefer herab. Ich will ihnen mein Lied singen. Ich will ihnen vom Paradies erzählen. Welche Freude wird inzwischen schrien und lärmten die Buben, einer immer lauter als der Anderer. Ein Goldgockel, rief der eine und zeigte auf den Vogel, der über den Köpfen kreiste. Dummkopf, ein gelber Adler, schrie ein zweiter. Er hat einen goldenen Schweif, sagte ein dritter. Alle starrten gebannt in die Höhe. Einer der Knaben bückte sich und als der Vogel näher herabkam, warf er ihm einen Stein gerade zwischen die Augen, sodass er geblendet zu Boden stürzte. Eine goldene Feder, eine goldene Feder, schrie und johlte die Kinderschar und jedes von ihnen riss an dem Schweife des Paradies Vogels. Mir gehört er, sagte der Knabe, der den Stein geschleudert hatte und hob den Vogel auf. Dieser hatte die Augen geschlossen, anstelle des Schwanzes besaß er nur noch ein paar kümmerliche Stummeln. Kommt her, wenn ihr euch traut, setzte Peter fort, als die anderen murrten. Er war der stärkste von ihnen. Er setzte immer seinen Willen durch. Auch jetzt wagte niemand ihm zu widersprechen. Peter band dem Vogel die Füße zusammen und trug ihn nach dem väterlichen Bauernhofer. Was bringst denn da, Peter? fragte die Bäuerin. Das ist ein ausländischer Hahn, aber ein gerupfter, sagte der Bauer. Tu ihn in den Hühnerstall, vielleicht wird er zu sich kommen, schöne Federn hat er ja, schönere als unser Gockel. Und goldene Schwanzfedern, triumphierte der Peter und zeigte auf sein Hütlein. Gold, rief die Bäuerin und ihre Augen glänzten. gib ihn in den Hühnerstall und füttere ihn gut, damit ihm neue Schwanzfedern wachsen. Dann werden wir reich und kaufen uns so viele Wiesen und Felder, als wir wollen. So saß der Paradiesvogel im Hühnerstall und hatte Zeit, über sein Schicksal nachzudenken. Sein Körper schmerzte ihn. Die goldenen Schwanzfedern waren dahin. Am bittersten aber war die Enttäuschung. Die Kinder, denen er Freude bereiten wollte, hatten ihn überfallen und verstümmelt wie einen Feind. Sehen Sie nur, wie hochmütig er ist, sagte eine kleine weiße Henne zu ihrer Nachbarin im Hühnerstall. Er macht nicht einmal die Augen auf, um uns anzusehen. Wahrscheinlich hält er sich für etwas Besseres als unser Eins. Seit er hier ist, hat er noch kein Wort gesprochen, nicht einmal gegrüßt. Vielleicht ist er krank, entgegnete die Nachbarin. Er schaut so traurig aus, oder hat er Heimweh? Ich kann mir gut denken, dass man nicht sprechen will, wenn man Schmerzen hat oder wenn einen das Heimweh quält. Er ist eingebildet, das ist es, meinte eine Dritte. Ob zwar er zerlumpt und herabgekommen genug aussieht. Solche ausländischen Vögel sind immer eingebildet. Der Paradiesvogel öffnete die Augen nicht. Sehnsüchtig dachte er an seine Heimat, das Paradies. Aus seiner Kehle kamen leise Töne voll fremden Wohllauts, voll fremder Schönheit. Er sang von den sanften Matten und blühenden Auen des Paradieses, von seiner ewigen Sonne, von seiner himmlischen Lust. Paradies? Was ist das? fragte neugierig eine gesprengelte Henna. Haben Sie schon davon gehört? Ach, das wird so eine neumodische Erfindung sein, erwiderte die Weiße. Reden wir lieber von etwas Vernünftigem. Und sie begann mit lautem Gackern zu erzählen, wie viel große weiße Eier sie gelegt hatte. und in diesem Gegacker ging das leise, schöne Lied des Paradies Vogels unter. Piep, 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 lockte am nächsten Morgen die Bäuerin ihr Hühnervolk und öffnete die Stalltüre. Wo steckt mein Goldgockel? fragte Peter, der neben der Mutter stand. Man muss ihm die Flügel stutzen, damit er nicht fortfliegt. Die Bäuerin nickte. Sie hatte die ganze Nacht von den goldenen Schwanzfedern des fremden Vogels geträumt und ihr Herz war voll Habgier. Im Winkel setzt er, sagte sie. Ich lock ihn jetzt heraus und du fängst ihn und schneidest ihm die Schwungfedern ab. Piep, 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 lockte sie mit schmeichelnder Stimme. Der Paradiesvogel regte sich nicht. Ungeduldig kam Peter herbei. Ich hole ihn mir, rief er und schob die Mutter zur Seite. In diesem Augenblick rauschte es mit mächtigem Flügelschlage an ihm vorbei, hob sich empor, strahlte in der Morgenbläue wie ein Kleinod, Smaragdgrün, Zimtrot und Blau und verschwand in den Wolken. Wohin jetzt? dachte der Paradiesvogel, als er der Gefangenschaft im Hühnerstall entronnen war. Meine bisherigen Erlebnisse waren nicht sehr heiter. Ich hatte mir die Erde anders vorgestellt. Aber ich darf doch nicht aufhören, jemanden zu suchen, den ich mit dem Schimmer des Paradieses beglücken kann. Er überflog Straßen und Pappelalleen, Kanäle und Windmühlen, Ebenen und Flüsse. Er sah Dörfer und Städte, aber er fürchtete sich herabzukommen und am allermeisten fürchtete er die Kinder. Endlich erblickte er ein Häuschen am Rande einer kleinen Stadt, das ihn anlockte. Es hatte freundliche bunte Fensterläden, einen Vorgarten voll Blumen und einen Springbrunnen darin. Gewiss wohnen hier freundliche Menschen, dachte der Paradiesvogel. Menschen, deren Sinn vielleicht nach dem Paradiese steht. Sie werden wohl keine Steine auf mich werfen und mir die Federn ausreißen wollen. Langsam ließ er sich herabgleiten und setzte sich ans offene Fenster. Oh, ein fremder Papagei, rief eine Frauenstimme. Was für schöne Farben er hat, wie glänzend seine Federn sind, und er kommt gerade jetzt zu uns, wo unser alter Papagei gestorben ist. Er ist ganz zutraulich und zahm, erwiderte ein Mann. Wahrscheinlich ist er schon lange in Gefangenschaft. Gib ihm Futter, vielleicht bleibt er dann bei uns. Die Frau warf Sonnenblumenkerne auf das Fensterbrett und der Paradiesvogel kam näher. Da fühlte er sich aber auch schon mit hartem Griffe gepackt. Ein Eisenring schnappte an seinem Fuße ins Schloss. Eine lange Kette hielt ihn fest. Nun haben wir ihn, sagte die Frau und holte den Papageienständer herbei. Jetzt kann er uns nicht mehr fortfliegen. Er soll alle Tage sein Futter und sein Wasser bekommen und wird gewiss auch Lora und Guten Tag sagen lernen wie unser alter Papagei. Ihr dummen Menschen dachte der Paradiesvogel und sah die beiden mit seinen rubinen farbenen Augen traurig an. Ich bin doch freiwillig zu euch gekommen. Ich will euch doch einen Schimmer des Paradieses bringen und ihr legt mich an die Kette und macht mich zum Gefangenen. Er saß auf seiner Stange und hörte zu, wenn Mann und Frau miteinander sprachen. Vielleicht haben sie Sehnsucht nach dem Paradies, sagte er zu sich. Dann will ich ihnen mein himmlisches Lied singen. Um wie viel mehr wird es sie entzücken als die dummen Worte, die sie mir vorsagen. Aber weder Mann noch Frau dachten an himmlische Dinge. Der Mann klagte darüber, wie mühsam seine Arbeit sei und wie schön es wäre, reich zu sein und nicht arbeiten Gelder und von den bunten Sachen, die man dafür kaufen könne. Dann war noch vom Essen und von den Kleidern die Rede und manchmal von den Leuten, die zu Besuch in das Häuschen kamen. Vom Paradiese sprach man nicht. Immer trauriger saß der Paradiesvogel auf der Stange des verstorbenen Papageis. Seine glänzenden Federn wurden matt, seine schönen Augen trüber. Der Vogel reingehen, sagte eines Tages der Mann. Stellen wir ihn doch in den Garten in die Sonne. Ach, um das dumme Tier ist es nicht schade, entgegnete die Frau. Nicht das kleinste Wörtchen hat es nachsprechen gelernt, so viele Mühe ich mir auch gab. Da war unsere Lora viel klüger und gelehriger. Dennoch nahm sie den Ständer mit dem angeketteten Vogel und stellte ihn die Blumen blühten, der Wind wehte im Gezweig, die Sonnenstrahlen glitten über des Paradies Vogels Gefieder. Der Springbrunnen warf seine Wasserstrahlen in die Luft. Der Vogel dachte an seine Heimat und versank in Träume. Halb unbewusst öffnete er den Schnabel und sang das Lied des Paradieses. Um ihn herum lärmten unzählige Spatzen. Sie mussten sehr unmusikalisch sein mir auch keine Ahnung, welch vornehmer Gast unter ihnen weilte. Denn alsbald überschrien sie seine leise Stimme mit ihren derben Geschimpfe und beigten sich um die Futterkörner des fremden Vogels. Der Paradiesvogel verstummte. Er machte keinen Versuch, die Spatzen zu übertönen. Er hatte es aufgegeben, den Geschöpfen einen Schimmer des Paradieses zu bringen. Der Ring scheuerte seinen Fuß wund, die Kette drückte ihn, noch mehr drückte ihn Kummer und Enttäuschung. Lange macht's der Vogel nimmer, sagte nach einiger Zeit der Mann. Er isst und trinkt nicht und versteckt seinen Kopf im Gefieder. Am besten man schlachtet ihn, entgegnete die Frau. Wenn er nicht allzu zäh ist, kann man ihn zubereiten wie einen Fasan, dann hat man einen Braten und die Federn geben einen hübschen Ausputz für meinen neuen Hut. Nicht schlachten, nicht schlachten, kam eine Stimme aus der Türe und ein kleines Mädchen blickte schluchzend und mit entsetzten Augen zur Frau auf. Weine nur nicht, Margaretlein, sagte der Mann freundlich und streichelte der Kleinen die Wange. Und wenn du ihn haben willst, dann nimm dir den bunten Vogel nach Hause. Bei uns gedeiht er oben hin nicht. Meinetwegen, stimmte auch die Frau zu. Margaretleins Augen strahlten durch die Tränen wie Sonnenstrahlen durch Regengewölk. Die Frau löste den Ring vom Fuße des Vogels. Das Kind nahm mit Herzklopfen das kostbare Geschenk in Empfang. Nicht schlachten, Flüsterte Margaretlein noch einmal, wickelte den Vogel in ihre Schürze und drückte ihn fest an sich. Komm, armes Tierchen, es soll dir nichts geschehen. Und nachdem es sich bedankt hatte, stolperte das Nachbarskind glückselig ins Freie. Nicht einen Augenblick dachte die zärtliche kleine Seele daran, den schönen Vogel gefangen zu halten. Margrittlein lief über Wiesen und Felder bis zu einem großen Baume, der einsam auf grüner Matte stand. Hier wird dich niemand einfangen, sagte die Kleine und setzte den Vogel auf einen herabhängenden Ast. Er funkelte in den Strahlen der untergehenden Sonne in allen Farben seines bunten Gefieders. Seine Augen leuchteten in ihrem alten Glanz. Er öffnete den Schnabel und sang das Lied vom Paradieser, von seinem ewigen Grün, seinen spiegelnden Teichen, seinem klaren Lichter, seiner himmlischen Schönheit. Margretlein stand und horchte, jeder Ton des fremden Vogels schien ihr vertraut. Sehnsucht nach etwas unendlich Fernem, unsagbar Schönem und Großem erfasste sie. Der Paradiesvogel endete mit einem langgezogenen Triller. Er schien zugleich zu jauchzen und zu schluchzen. Endlich, endlich hatte er eine Seele gefunden, die ihn verstand, die er mit seinem Gesang beglückte. Vergessen waren alle schlimmen Erfahrungen. Habe Dank, kleines Mädchen, habe Dank, sang er. Jetzt weiß ich, dass ich nicht vergebens auf die Erde gekommen bin. Er hob sich von seinem Aste in die Luft. Er umkreiste Margerittlein mit rauschenden Flügelschlag. Dann stieg er kerzengerade in die Höhe und verschwand im Gewölk des Abends. Vor Margerittleins Füßen Füßen fiel eine seiner schönen zimtroten Schwungfedern, ein Andenken an den Vogel des Paradieses. Schenk mir die rote Kielfeder, baten die Geschwister daheim Margerittlein. Doch diese konnte sich von der Feder nicht trennen. Der Vater schnitt sie ihr zurecht und zeigte ihr, wie man damit schreiben könne. Und oh Wunder, die Feder lief wie von selbst über das Papier und schrieb die schönsten Geschichten. Der Paradiesvogel flog Tag und Nacht durch die Luft, bis das ungeheure Tor des Paradieses vor ihm auftauchte. Wie ist es dir ergangen? Fragte der ernste Hüterengel, als er ihm öffnete. War auf Erden die Freude groß, als du kamst? Und wo hast du deine schönen goldenen Schwanzfedern gelassen? Der Paradiesvogel flog mit beglücktem Flügelschlage in den Garten. Oh, sagte er mit strahlenden Augen. Ich habe viel gesehen und erlebt, Gutes und Böses, Schönes und Hässliches. Manchmal glaubte ich, dass die Geschöpfe der Erde nichts mehr vom Paradiese wissen wollten. Aber da kam eine kleine Seele und hat mir das Vertrauen wieder gegeben. Eine kleine Menschenseele hat mein Lied gehört und den Schimmer des Paradieses in sich aufgenommen. Sie trägt für immer die Sehnsucht nach dem himmlischen Garten in sich. Sie singt mein Lied nach, einstweilen leise und für sich. Später wird sie es aber laut und für alle anderen singen. Nein, es war wirklich nicht vergeblich, dass ich l l l l l Untertitelung des ZDF, 2020